ja und damit herzlich willkommen zu einer neuen episode von starfield in der letzten episode hat man ja diesen banküberfall den wir einigermaßen gut gehandelt haben und jetzt würde ich mich hier gern mal ein bisschen umsehen angefangen mit dem laden da roland was wir hier so schönes kriegen waffenladen gesetzlose wenn du mich fragst ist es einfach nur leichtsinnig ohne waffe im freestarraum unterwegs zu sein ja finde ich auch was hast du so schönes ich habe sicher was du brauchst das werden wir sehen ähm händler kaufen alles okay da könnten wir mal minuti und so weiter einkaufen okay aber ich glaube waffen kaufen ist jetzt glaube ich weniger was wir brauchen zurück kaufen keine items verkaufen kann ich aber nur waffen verkaufen oder irgendwas doppelt patrone patrone mhm equinox und grendel equinox dann können wir die normale verkaufen und die normale grendel und solsteis haben wir das nö okay ja dann hätten wir das ja okay also waffenhändler alles okay wir übernehmen jetzt naja macht sie nur kantine ja das okay ich hätte lust auf oh heritage museum museum ist immer gut Oh, bist du mit Sam Coe befreundet? Ich hoffe, euch gefällt das Museum. Es ist schließlich seiner Familie gewidmet. Ja, da passieren interessante Sachen hier drin. Okay. Also das würde ich mal schon ins Schiff reinmachen, sowas. Die Waffe würde ich tatsächlich klauen. Ja, was haben wir hier? Nachbildung von einem Office. Wie wird sie vermutlich schlafen? Überschaubar. Okay, haben wir es gesehen. Gehen wir wieder raus. Ja. Jetzt haben wir hier oben. Keine Ahnung, was das ist. Sanctum Universum. Was sagt denn eigentlich unser Mission Log? Gesundheit, Inventar, Schiff. Skills, Sterlingkarte. Was war denn das? Ach, da unten. Was will denn? Alles. Äh, Marshall Blake hat mich angewiesen mit Ranger Emma. Wenn ich diesem Zuhörer zu sprechen, wenn ich den Freeside Ranger beitreten möchte. Mich für Sarada zum Auge. Das war das. Aber, als ich gesagt, da steht Betrieb auf Vectera ein. Alles hat. Ich habe heute nichts mehr gehört. Das war das. Der Überfall auf die Galmagen. Wo hintergeschlagen ist Emma. Und die sollten jetzt an Solomons Karten halt ankommen können. Oh. Wir müssen da nochmal in den Tresorraum rein. Ha. Machen wir das mal. War Solomons Kau wirklich so krass? Moin. Ich finde sie eigentlich nicht einfach noch da liegen. Zuhör. Ähm. 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 Schreibt sich das nicht. Die schon mal nicht. Eigentlich dann Sam. Matrosen Kompass. Spielzeug Space Shuttle. Äh. Das war also Matrosen Kompass. Nö. Das sind Inhalte stehen. Shit. Da ist eine Kamera, ne. Äh. Machen wir die aber nicht. Oh nein. Jacob. Natürlich hat der alte Esel das kommen sehen. Äh. Ich spaziere in den Riesentrammel. Ich spaziere mitten in ein Drama. Ich weiß nicht. Aber warum hat er die Karten mitgenommen? Nur ein verbitterter alter Mann. Der sich mal wieder einmischt. Ja. Bist du jetzt die ganze Zeit so... Vermutlich. Ich wollte nicht zum Einwesen. Cora wird stinksauer sein. Äh. Das Zwecklog ist hinaus zu sagen, wir brauchen die Karten. Wir könnten eine Pause machen, die ich irgendwo in einer dunklen Ecke grübeln lassen. Hahahaha. Äh. Ja. Muss das jetzt wirklich sein? Ja. Äh. Gott 4. Ja. Ja. Aber... Ich... Okay. Schön. Er ist mein Vater, okay? Wir verstehen uns nicht so gut. Er dachte sich wohl, dass ich irgendwann wegen der Karten antanze und ist mir zuvor gekommen. Ich wollte einfach nicht ins Familiengeschäft einsteigen. Tut mir leid, dass ich deswegen nerve. Mein Vater und ich können uns nicht vergeben. Das ist äh... Familientradition. Okay. Wollen wir? Ja. Müssen wir ja, ne? Okay. Bleib mal mit deinem Date. Das wird bestimmt ein ganz tolles Gespräch werden. So, wohin geht's? Zufälligerweise in den Turm rein? Nö. Aber wir sollten noch mal reden bezüglich dem Weit... Oh, warte mal. Kann ich hier was verkaufen? Achso, nein. Das war Information. Wobei... Lass das mal machen. Und Zeit ist für die Freiheit. Geschäftsverzeichnis... Turm, Chor, ein bisschen Gedenkstärke, Midtown, Weltraumhafen, Gale Bank. St. Louis, wir haben eine Aufklärung. Ehrlicher RSL in Extravaganza, Handelsaufsicht. Okay. Ja, da schauen wir dann später rein. Ich sag nur, dass meine Familie auf dem ersten Schiff war. Ja, doch. Da würde ich mich jetzt hier mal niederlassen. Das gefällt mir jetzt am besten. Andererseits... Ein bisschen abwarten. Wir werden vermutlich noch sehr viel sehen. Uh, was haben wir hier? Auskommungstätte? Oh, der Mauer wird's ungemütlich. Ashtar sind auch für uns heftig. Okay. Komm, wir sind mal rein. Direkt daran vorbeigelaufen. Ach, komm. Moin. Wieso, wieso beschäftigt? Hä? Schauen Sie an. Ach so. Sam Cole verdunkelt mal wieder unsere Schwelle. Du weißt, warum ich hier bin. Ach. Und? Warum? Bist du zur Finanz gekommen? Hast endlich erkannt, wo du hingehörst? Ich frage nicht nochmal. Du hast noch nie gefragt. Lass schon hören. Ich will dich sagen hören, was dir wichtiger ist als die Familie. Okay. Das war ein Fehler. Der einzige Fehler hier bist du. Dass du deinen Constellation-Lakaien herbringst, statt meiner Enkelin. Willst du Sam helfen, sein Vermächtnis zu plündern? Ihr bekommt die Karten nicht. Punkt. Ja. Ja. Nichts ist wichtiger als Familie. Nichts. Wäre Sam geblieben, wüsste er das. Und du wirst nicht hier. Okay, das reicht. Komm mit. Unterhalten wir uns. Allein. Willkommen zu Hause, Sam. Bleib bitte nicht lange. Wie du es eben immer tust. Wenn ein Grafantrieb summt, da fühle ich mich lebendig. Das sind echt gute Vibes hier. Augenblick. Okay. Reden wir über unsere Optionen. Mh. Okay, nicht übel. Gib mir nur kurz Zeit, mich zu stehlen, okay? Runde 2 mit dem alten Esel kann noch schlimmer sein als Runde 1. Sag Jacob nächstes Mal, dass ich mit ihm reden will. Das ist unser Stichwort. Du schleißt dich weg, ich beschäftige ihn. Bitte Korbhilfe. Sprich mit Jacob und lass Sam ihn ablenken. Mh. Jo. Probier mal's mal. Was gibt's diesmal? Constellation. Äh. Wir sollen ja mit dir über etwas reden, oder Sam? Ganz genau. Ich gehe erst, wenn ich habe, was ich will. Okay. 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 Entsperren. Einsteiger. Äh. Ach scheiße, das ist wieder der Blödsinn da. Äh. Verwenden. Verwenden. Oh fuck. Ja genau. Darauf geht's jetzt noch wieder nicht auf. Oder. Äh. Schlüssel verwenden. Shit. Hier geht's nicht mehr auf. Äh. Äh. Rückgängig. Äh. Das ist doch... Das ist so dumm. Ja, das ist das gleiche wie vorher. So geht's halt nicht. Ähm. 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 Irgendjemand. Ja, ich hab's eigentlich schon... Ja. Mach mal. Äh. Kann ich's nochmal machen? Kann ich die, die, die? Shit. Tja. Hm. Hm. Ich müsste meinen Schlüssel finden. Ah shit. Wo war das Abenteuer? Marker? Soll ich hier Club mal? Nee. Hier auch nix. Es muss hier irgendwo einen Schlüssel geben. Notizbuch? Nee. Äh. Ja, nee. Da wird man kein Glück haben. Hier. Bei Killer City. Nee. Hm. Nix, was mir hilft. Ah, das bringt mir auch nix hier unten. Aber hier was? Ich vertrabe mich nicht auf einem Planeten, als würde das Geversen nicht existieren. Hätten die Menschen auf der Erde das gemacht, wären wir alle tot. Hier vielleicht nur? Nee. Aber nicht das Schlafzimmer. Hier vielleicht Betizblock? Auch nicht. Gibt's nicht. Wo sind die Schlüssel? Nee, die Dusche. Aktiv. Nix. David Copperfield. Hahaha. Okay. Meißeln. Äh. Dietrich wär noch ganz cool. Aber nö. Oh nein. Auch nix. Was? Ja, ich glaub... Wir kommen da nicht weit ohne und Dietrich. Und jetzt wieder raus nach Akira City. Naja, sonst... Ah, Paola. Nein, da geht's auch wieder raus zu Akira City. Diese Respektlosigkeit. Diese Respektlosigkeit. Ich habe dich nicht zu sein. Ich habe dich nicht zu sein. Da... Was ist mit dir passieren? Wenn ich in der Schieß? Das wäre ziemlich brutal. Das wäre ziemlich brutal. Wie? Die Co's haben diese Stadt gegründet. Nein, das ganze Freestyle Collective. Ich muss probieren. Oh. Ich mache da nicht mit. Ähm. Okay, ich kann ihn gar nicht umbringen. Aber gut, das weiß ich wenigstens. Okay, das geht nicht. Weil... Mission ist kritisch. Ja, das war jetzt nicht so schlau. Was du getan hast, widert mich an. Es widerspricht allem, wofür die Constellation steht. Wofür ich stehe. Aber die Mission geht vor. Also reiß dich zusammen. Okay. Ähm. Ja, gut. Ja. Es war irgendwie klar, dass das nicht so geil ist. Ähm. Dann gehen wir halt mal raus. Und... Hier habe ich auch nichts. Jetzt auch keinen Schlüssel. Ja, okay. Wir kommen da einfach nicht rein. Hey, die geht hier. Ja, komm. Gehen wir durch. Ich will mal ganz kurz den Schrank hier angucken. Äh. Warum ist da einfach mal so ein Sextant? Was zum... Ähm. Ja. Es ist nicht so gut. Ich glaube, ich lade das Ganze nochmal. Liebe Leute. Wir sehen uns gleich wieder. So, dalle. Da wären wir wieder. Ohne ich habe den Schloss jetzt tatsächlich aufgekriegt. Beim zweiten Versuch. Und... Ja. Lassen wir doch mal ein paar Sachen mitgehen. Yo. Das wollen wir alles mit. Und wir werden es dann verkaufen. Ach ja. So. Aber die Karten... Ach, die wurden richtig teuer. So, ich bin fertig. Okay. Mal sehen, ob wir das leere Nest finden. Lass mich nachdenken. Soweit ich weiß, waren seine Werte erst ganz normal. Dann sind sie abgefallen. Und keine Kreatur, ob Alien oder nicht, hat sich hineingewagt. Da, ich hab's. Oh Mann. Das ist ein Problem. Was denn? Mh, ja. Das liegt mitten im Grenzland, wie schon erwartet. Da gibt es keine großen Probleme, außer den üblichen Begegnungen mit der Fauna. Aber das leere Nest ist eine Höhle mitten im Gebiet der Shorebande. Also der Outlaws, die die Galbank ausgeraubt haben. Mh, hm, 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 hm. Ja, okay. Vergiss nur nicht, es geht um das Artefakt, nicht um sie. Wenn es dir Spaß macht, Verbrecher zu jagen, ist das nur ein Bonus. Gehen wir zu der Höhle. Also ich wäre eigentlich hier selbst gern Verbrecher. Ah, shit. Jetzt hätte ich unten diesen Sextant da mitnehmen können. Äh, dann halt nicht. Okay. Ist das gut. Sieht vermutlich sehr weit weg aus. Na, guter Tag heute? Ja, bis jetzt schon. Was ist das? Kann ich da vielleicht mit dem Raumschiff einfach hin? Kann sich jemand damit duschen? Ähm... Ich muss da irgendwie runter. Hier vorne vielleicht? Nö. Okay. Aber ich hätte noch mal zuerst irgendwie gerne einen Händler oder so etwas. Händler... Ich muss ein bisschen... Oh, shit. Weißt du, warum die Krüsten fliehen überall zu sein? Ist doch, glaube ich... Könnte ein Geschäft sein, oder? Terrorbrühe. Oh, ja. Brauerei! Wie? Wir begegnen uns ja am laufenden Band. Ach nee, nicht schon wieder. Schon komisch, wie sich das immer wieder ergibt. Ja, sehr komisch. Aber, dann kann ich dir ja das hier geben. Viel Spaß damit. Äh... Zur Crew zuweisen. Nach Co. Ja! Endlich! Ich melde mich sofort auf deinem Schiff! Verwalt deine Crew. Weiß ich den Aufgaben zu. Und entsendet sie zu deinem Schiff? Was? Schiff? Mehrzahl? Und Außenposten. Jedes Crewmögliche besitzt verschiedene Skills. Oh... Okay. Riesiger Fan. Same Co. Skills bündern. Schiff. Aktive Außenposten. Außenposten. Alles. Zuweisen. Ähm... Zuweisen. Frontier. Sahara. Frontier. Mach mal, ne? Und er ist jetzt bei mir... Okay, das muss ich mir irgendwie später mal angucken. Viel Spaß! Ähm... Ich würde gerne... Hallo und willkommen bei Terra Brew. Was darf's denn sein? Ja, eigentlich würde ich was verkaufen. Lass dir ruhig Zeit. Zwangsverkaufen. Ähm... Verkaufen. Alles. Ähm... Kann ich gar nicht. Kauf das gar nicht. Schade. Kann ich da nicht einfach meinen Ramsch verkaufen? Okay. Halt! Was hier? Schordi. Brauchen wir einen speziellen Händler dafür. Hier gibt es einfach nicht genug zu tun. Ähm... Exit. Exit, exit, exit. Das sieht doch gar nicht mehr so schlecht aus. Also auf den neigend... Oh, ne. Das tue ich mir erst gar nicht aus. Ja... Ich muss leider. Ja, vielleicht hier hin. Recreation Field. Äh... Sag was hier oder nicht? Uh... Fußball. Ein Sport, der mich überhaupt nicht interessiert. Warte, wieder umdrehen. Muss ich noch ein Match hier machen. Ist aber auch irgendwo witzig. Komm ich denn da runter? Gibt's ja nicht. Ähm... Wo komm ich runter? Anlet? Klar. Na gut, ich hätte einfach da laufen können. Die Höhren machen sich gut. Ich muss noch anpassen. Wie komm ich da raus? Was komm? Vorne? Moin. Verlass bloß nicht die Stadt, verstanden? Da draußen sind Äschter. Die sind übel. Ich hab dich gewarnt. Ich muss aber raus. Danke. Hm... Ja, so ein Buggy oder sowas wär ganz angenehm. Sam, bist du... Ah, da hinten kommt er. Alter, was ein fettes Teil hier. Moin. Ernte. Uh, Nährstoff. Oh... Jetzt sind wir die Frames nach unten gegangen. Das muss doch dann schnell ein Weg dahin gehen, oder? Mal so eine Ausdauer regenerieren. Oh... Okay... Ich will keinen Stress mit euch. Mach das einfach euer Ding und ich mach mein Ding. Oder hätte ich mit nem Schiff da hinten landen können? Moment, ich muss jetzt mal schauen. Äh... Korte. Wir sind da hinten. Wir müssen... Da in das leere Nest. Du hast diesen Ort noch nicht entdeckt. Hm... Ich überprüfe das Inmetat eines Schiffs. Ich mach mein Unterhaus mit... Hm... So weit ist es ja eigentlich nicht mehr. Okay. Ne... Ich will raus. Dankeschön. Den... Ja, passt. Oh... Ich gehe hier schon... Sieht schräg aus. Oh... Ich habe nichts gesehen. Ah. Oh, das sind die Nächsten. Ähm, was ist das? Ich kann mich gar nicht wissen. Ja, es sieht auch wirklich nicht schlecht aus. Aber es könnte ruhig ein bisschen heller sein hier. So, das müsste es ja dann eigentlich sein. Oh, da wird geschossen. Ja, geil. Oh, scheiße, Dreck. Das ist echt nicht gut. Oh, da hat man das leere Nest. Ah, scheiße. Wie könnte man den... Ach, du Scheiße. Ja, da haben wir auch noch einen Roboter. Müssen irgendwie da links rein. Einfach weiterlaufen. Was wir uns trauen können, ist halt schon mega geil, ne? Luft von schlechter Qualität, Sonnsturm. Ja, super. Die kommt wieder zurück. Die kommt wieder zurück. Wenn sie sich wieder umdrehen, dann versuchen wir mal runter zu gehen. hohe Sicht. Scheiße. Scheiße. Oh, fuck. Scheiße. Okay. Nice. Ah, shit. Okay. So will ich mal heilen. Nice. Down. Wo genau ist er? Ich sehe halt kaum was. Nice. Okay. Okay. Noch einer da hin. Wo ist das Geschütz? Yes. Nice. Nice. Okay. Okay, das war's. Ja, da hinten habe ich keine Sicht. Ich muss jetzt eigentlich runter. Okay. Wir schauen mal vorbei. Okay. Äh, ja. Ja, das ist immer mit. Ich mach was, wo ich besser ziehe. Sollen wir einfach mal reingehen? Oh, das wird ein Patron hier. Machen wir. Oh, warte mal. Kann ich das Teil hacken? Status, kein Signal. Ah, da hättest du es umschreiben können. Wenn ich den wollen, würde die... Okay. Oh. Da. Nice. Okay. 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 Oh ne, Verstärkung. Okay, dann schabern wir uns hier mal noch ein bisschen um. Äh, Schraubenschlüssel brauchen wir nicht. Kommen wir, dass ihr an, jetzt spinnt. Ähm, ja, Miene nehmen wir mit. Spitze gerade noch die Inferno-Miene machen wir auch. Ja, gerne. Oh, ja, mit. Nee, der mit Copperfield. Uh, ähm, nice. Moral, Alkohol. Okay, raus hier. Ja, eigentlich würde ich aber schon noch ein bisschen plündern. Äh. Wir müssen über den Bankjob reden. Sie hätte da sein müssen. Der Boss kann nicht bei jedem Job dabei sein. So läuft das nicht. Es sollte aber auch nicht so laufen, dass alles schief geht. Tolle Schaubande, wenn Schaub sich nie flicken lässt. Sie kommt sicher bald. Dann kannst du dich bei jedem... Wie, wer da jetzt mal vorbeischauen? Wie, wer da jetzt mal vorbeischauen ist, bei G? Nice. Noch einer. Nice. Okay, was hat sich da schönes? Hm, nice. Nehmen wir mit. Waffe brauchen wir nicht. Nee. Ein Gegner haben wir noch draußen. Aber das sollte kein Problem werden. Wo sind die wertvollen Sachen? Hm. Nö. Bellets. Oi. Für die Diebeswande hat sie hier wirklich wenig. Hm. Red Ale. Nehmen wir aber mit. Kartendeck. 155. Jailstick. Zieh's erst. Nice. Okay. Komm, lassen wir mal das Artefakt suchen. Gehen wir mal hier wieder runter. Aber er hat bestimmt noch ein paar mehr sind da drin. Mehr noch mal ist drin. Keine Kiste. Nö. Brauche ich nicht. Jo. Da haben wir ein paar Leute hier. Nice. Tom's Zone. Nö. Ähm. Höhlenschlüssel. Oh ja. Eigentlich hätte ich einfach nur hier einmal drauf schießen müssen. Maxine brauche ich eigentlich nicht. Brauche ich auch nicht. Brauche ich auch nicht. Ja, mal auf die Waffe. Na, keiner daheim. Uh. Kann ich natürlich nicht machen. War ja klar. Höhlenschlüssel der Schaubände. Ähm. Nehmen wir mit. Die, die durch. Nice. Oh ja. Waffenkoffer. Munition. Mitnehmen. Äster-Thema. Keine Ahnung, was das ist. Okay. Keine Wachen. Oh doch, da vorne. Maust du nur? Ja, fuck. Das ist das scheiße Tor da im Weg. Komm her. Komm, zeig dich. Yes. Aber einer ist da noch. Die Misskarte. Naja, sie sind wieder die Cutter. Wo ist der? Wo ist der andere, der umgekommen ist? War der hier dahinter? Ah, da ist er. Ähm. Was ist denn mit ihm los? Dankeschön. Äh, Gesundheit. Äh. Wir werden doch hier garantiert Stress kriegen. Muss ja einen Grund haben, warum hier keine Tiere und sonstiges reingehen. Ah, Stichwort das. Ähm. Ich werde mal schnell die Waffen neu zuweisen. Was haben wir hier? Äh. Du machst richtig fett Schaden. 24 Schuss. Weißt du was? Ähm. Favorit. Mach ich mal auf die 1. Schuss 2. Ähm. Ähm. Da macht 10. Macht 4. 10 Schaden. Thumbstone. Thumbstone. Und Stich machen wir auf die 2. Antipersonen. Hm. Kammerjäger. Orion. 6 Schuss nur noch. Equinox 6 Schuss. Oh. Grendel. Grendel machen wir auf... 4. Und Dich machen wir auf die 5. Equinox. Ja, er rentiert sich jetzt gar nicht. Okay. Geil. Schrottflede. Soll ich das wirklich einfach machen? Nutzende Waffe, um das Vorkommen abzuspalten. Na, warte mal. Dann nehmen wir mal kurz den Cutter. Das wollte ich jetzt nicht. Ähm. Einmal hier rein. Jetzt dieser Cutter, den tun wir mal auf die... Keine Ahnung. Auf die 9. Komm. Pass her. Vielleicht das? Okay, das war schon mal mehr, als wir beim letzten Mal. Aber immer noch ein bisschen nichts aussagend. Und Sturmtrupp jetzt beim rausgehen, oder nicht? Wir haben es doch nicht einfach so gehen lassen, oder? Oh, da war das nur zum Umgehen. Ah ne, da könnten wir wieder Ressourcen sammeln. Okay, es sieht so aus, als könnten wir halt wirklich mal betrachten. Ah, hoffentlich ist hier tektonisch alles stabil. Ja, es gibt ja schon ein paar komische Geräusche. Aber wir sind ja eh schon auf dem... ...Nachhauseweg. Da noch eine Cutter-Kiste. Moment, kann ich da noch? Nö. Gut, raus hier. Oh. Ein Begrüßungskomitee. Das reicht. Ich will Aquilas verlorenen Sohn kein Loch in den Kopf schießen. Jedenfalls nicht, ohne vorher zu plaudern. Du musst Shaw sein. Ich bin vor allem enttäuscht. Da treffe ich Samco und er guckt mit den Losern von der Constellation durch das Kremsland. Aber du hast es an meiner Crew vorbeigeschafft. Die ich übrigens sehr gut bezahle. Ihr habt was aus der komischen Höhle geholt. Wahrscheinlich das, was die Ashtar weggehalten hat. Also fehlt mir jetzt ein Versteck. Reden wir darüber, was mir das alles wert ist. Eure Leben, eure Credits. Eins von beiden. Egal. Bestimmt nicht. Wir probieren es mal. Ach, wirklich? Dann lass mal hören. Okay, wir brauchen sechs Punkte. Das ist ein großes wissenschaftliche Entdeckung. Lass uns gehen. Und da haben wir, schreibt Geschichte. Wir haben schon mal eine ganze Schule. Ihr verliert, wenn ihr euch mit uns anlegt. Wir haben, was wir wollten. Lass uns gehen und wir sehen uns nie wieder. Züge 2, das ist eine große wissenschaftliche Entdeckung. Lass uns gehen. Schabernde mal woanders lesen, als auf einem Fahndungsplakat. Klingt gut. Schön. Verschwindet, bevor ich es mir anders überlege. Wenn ich dich noch einmal sehe, bist du tot. Was? Das sind die Ashtar. Du, das ist deine Schuld. Hilf uns gewählst. Ja, wenn es denn sein muss. Töte die Ashtar. Was ist das optional? Oh. Was sind die? Ach, das sind Viecher. Fuck. Du bist schon tot. Bam. Nice. Haben wir aber schönes Looten bei euch. Ach, nehmen wir die Schaule mit. Ja, ja. Alles gut. Gut. Also, ihr habt es gesehen. Es ist ein Fehler, sich mit uns anzulegen. Ich bin dir für die Sache mit dem Ashtar wohl was schuldig. Nimm und verschwinde. Alle klar. Ja, wir werden aber Schnellreise machen. Ich will da jetzt eigentlich so nicht dazu zurückgehen. Äh, Frontier. Jo, Schnellreise. Wir leben noch. Das zählt als Sieg. Nice. Rück zur Lose. Ja, noch nicht ganz. Will ich mich Ihnen jetzt schon wirklich anschließen oder nicht? Gut. Irgendwie fahren ist ja schon interessant. Interessanter als eure Gruppe da. Ähm. Ich glaube, ich baut noch ein bisschen ab. Vielleicht finde ich noch eine andere Gruppe, die ich ein bisschen interessanter finde. Und ansonsten gehen wir hier wieder zurück. Irgendwo landet hier was. Wo? Ich seh's nicht. Ach, Moment mal. Hier am Hafen hat sie wieder so eine Ramsch. Da hinten. Ramsch-Verkaufsaktion hier irgendwo. So ein Terminal. Das würde ich jetzt irgendwie super planisch finden. Der Wartungstechniker ist in der Hütte vorne. Kannst du ihn brauchen? In der Hütte vorne? Ähm. Okay. Da hinten ist was gelbes. Yes. Ship Services. Äh. Verkaufen. Was ist denn alles? Also alles, was jetzt irgendwie Ramsch ist. Oh, hell. Er hat ein bisschen mehr Strahlung. Ist ja nämlich das Hufzeln auf Alien-Gegnern. Hm. Ich glaub, das schau ich mir so mal an. Aber jedenfalls will sie... Terminal-Mehrfach-Packung. Und wo ist denn der ganze Ramsch? Ah, okay. Ich glaub, das ist der Alpha. Ich glaub, das ist der Alpha. Hm. Sandwich, Salmon, Red Ale. Oh ja, da. Red Ale. Wollen wir weg damit. Wollen wir auch nicht. Kartendeckwert 19. Das ist ein typisches Kühlmittel. Weg damit. Mine lassen wir. Testen wir. Weg. Weg. Helm Constellation. Helmpaste. Das sind die ganzen Deko-Sachen. Ah, Bourbon. Da, wer 30? Warum ist das so wenig wert? Das muss doch für das irgendwie... Hilfe, Ressourcen, Sonstiges. Das ist der Digitit, Ressourcen. Und da was sind die Rucksäcke? Nee, Helme, Kleidung. Merfbare Items, Munition, alles. Ach, warte mal. Ich hab ja... Ich hatte ja wieder geladen. Darüber ist er vermutlich nicht mitgenommen. Okay. Ja, macht nix. Okay, liebe Leute. Wir sind wieder an der Zeit. Ich würde sagen, wir machen in der nächsten Episode weiter. Gehen wir wieder zurück und werden das Artefakt bei dem einen Teil da reintun und mal schauen, was dann passiert. Aber wenigstens sind wir jetzt mal rausgekommen. Aus einer Stadt. Nett hier. Wenn es euch gefallen hat, lasst vielleicht ein Dämmen nach oben da. Und dann bis bald zum nächsten Abenteuer. Jens Dafeld. Ciao. Ja, liebe Leute. Das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis dann. Euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschau, tschau. Tschau, tschau. Bis zum nächsten Mal.